Moin Moin Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dino Crisis 3 hier auf The Nightmare of Life mit mir, dem Dre. Und wir sind hier wieder bei der Luft Luke. Und ja, ihr Vater ist... Da ist er wieder, der Psycho Mantis. Ihr Vater ist der Dude. Was soll ich sagen? Wie ging denn das jetzt hier? So ging's rauf und so ging's... Ne, andersrum. So ging's runter, so ging's rauf. Alles klar. Ran an den Feind. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich sehr. Außenwand 1, da aus jemanden ist. Ja, wir wollen ja zur Außenwand 2. Haben wir hier eine Karte eigentlich? Fehler. Ha, dachte ich mir. Na gut. Was soll ich sagen? Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich. Gut, dass Glacias. Was? Ne, halt. Warte, warte. Ne, ah. Oh, oh Gott. Ah Gott, okay. Das ist ja jetzt mega scheiße. Also. Um das mal ganz kurz zu verdeutlichen, was ich hier gerade versuche. Mit dem rechten... Wie heißt das Ding? Trigger, glaube ich, heißt das. Bei Xbox. Moment. So, also, mit dem rechten... Ich meine, das ist der Trigger. Äh, also mit dem rechten... Mit dem Zeigefinger der rechten Hand steuere ich das Absenken. Mit dem Daumen der rechten Hand, äh, schieße ich und gehe nach oben. Äh, schießen und nach oben gehen sind auf den gegenüberliegenden Tasten. Also schießen ist X und drunter bzw. hoch ist B. Nur um mal ganz kurz zu erklären, warum ich hier gerade ein Problem damit hatte, die Typen, diese Viecher abzuknallen und gleichzeitig irgendwie nach oben zu kommen. Ach. Entschuldigung, das Spiel. Aber... Zumindest vom GHG habe ich ja schon öfter gelesen, dass er ganz vereindruckt davon ist, was ich hier leiste. Äh, ich danke dir. Es freut mich, es freut mich, das zu lesen. Oh, da unten, man kann nicht tiefer gehen. Und Digi, du hast ja auch schon geschrieben, äh, dass du ganz froh bist, dass ich genauso am Rulen bei einem unbekannten Controller bin wie du. Äh, nämlich gar nicht. Und dazu muss ich mal ganz kurz sagen, alter, ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer von uns jemals nicht gerulert hat in irgendetwas, was wir aufgenommen haben. Ja. Oh, ich hab nichts zum Heilen. Oh, ich hab nichts zum Heilen. Schaunja. Was hat sie eigentlich noch für Waffen? Hat sie noch irgendwelche derben anderen Waffen? Nö, nur die Pistole. Gut, dann darf ich mich halt nicht treffen lassen, wa? Ja, ich hab das, glaub ich, schon mal angesprochen. Es ist zum einen der Controller, der halt wirklich ungewohnt ist. Die HD, du hattest ja geschrieben, der Xbox 360 Controller ist ganz geil. Ähm, ich glaub, das ist so die allgemeine Meinung, ne? Dass das wohl der beste Controller, zumindest sagen wir mal, gewesen ist, bis dann der Xbox One Controller kam. Der, wie ich zugeben muss, auch wirklich ganz angenehm ist. Äh, aber als Playstation-Kind bin ich den Playstation Controller trotzdem einfach mehr gewohnt und kann damit ganz gut um. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass der Playstation 4 Controller am Anfang extrem ungewohnt war. Der DualShock 4. Äh, das hat sich mittlerweile aber echt gelegt. Also den... Finde ich recht angenehm mittlerweile. Ich finde den, den, den DualShock 3, wenn ich den ab und zu noch mal in der Hand hab. Was ja öfter mal vorkommt. Bei Playstation 1 spiel ich ja über die PS3. So geht's runter. Äh, der fühlt sich schon wieder irgendwie ganz anders an. Das ist ja ganz seltsam. Und jetzt hab ich neulich den, äh... Ich hab mir so nen Repair-Kit für nen N64-Controller besorgt. Bin ich hier richtig? Ich bin hier gar nicht richtig. Äh, weil ich den N64 mal wieder rausholen wollte. Hatte ich ja schon angesprochen. Ähm... Und das Ding, alter Schwede, das Ding ist ungewohnt. Ich halte den auch ganz anders. Ich hab, äh, als ich vor ein paar Monaten mit meinem Cousin mal wieder Diddy Kong Racing gespielt hab, ist mir aufgefallen, dass ich das Teil halte wie ein Erwachsener. Also... Wie man sich das so vorstellen würde, wie jemand, der keine Ahnung hat, was er da macht, so ein Teil halten würde. Das... Das war irgendwie ganz seltsam. Ah, hier. Ja. Alter, ich hab die Fliege doch grad erschlagen. Wo kommt denn das Viech jetzt auf einmal her? What the fuck hat sie denn da? What? Nice. Außenwand 2 der Ozymandias. Äh, wo und zwar der Ozymandias. Der Ozymandias. Der Ozymandias. Der Ozymandias. Das schaff ich nicht. Der Ozymandias. Der Ozymandias. Es ist selten was Gutes. Es ist ja wie kurz vor Bossfights, wo man dann noch mal richtig ausgerüstet wird mit heil items und Munition und so. Was riecht denn immer direkt nach Bossfight? Ja Kamera, du bist mein bester Freund. Alter Schwede. So. Mir fällt gerade auf bei der Musik. Ich hatte ja letztes Mal, in der letzten Session hatte ich es glaube ich schon angesprochen, dass mir die Musik irgendwie, die erinnert mich sehr stark an Kingsfield. Und jetzt habe ich gestern, wie der Zufall, das wir wieder in Kingsfield als Play gesehen, beziehungsweise es ging halt weiter, das Kingsfield als Play. Wir machen immer so zwei Stunden in der Woche, finde ich ein bisschen, mir ein bisschen zu wenig, aber ja. Auf jeden Fall hatte ich es gesehen und habe direkt wieder die Musik gehört und es waren nicht mal zwei Stoffe. Wir machen immer anderthalb glaube ich, anderthalb oder so, knapp zwei Stoffe. Und dann fiel mir wieder direkt auf, wie krass diese Musik hier, Kingsfields Musik ähnelt. Oder halt andersrum, weil ich glaube Kingsfield 4 war nach 2003, ich glaube von 2004 oder 2005. Ich bin gerade gar nicht so sicher. Aber man könnte wirklich einfach die Musik hier nehmen und die bei Kingsfield einsetzen, würde kein Mensch den unterscheiden. Ich merke was über das jetzt. Hä, was macht sie? Das bin ich nicht. Hä, sie fliegt jetzt einfach mal nach draußen oder was? Okay, die Musik würde dann doch schnell aufhören. Da ist ein Escapeshuttle hier. Was? Da ist nicht viel Zeit. Reguliere die Energielevel erst. Ja, Sir. Ich hätte echt gedacht, dass das jetzt ein Boss wird. Ein Bosskampf. Und duschen gehen, oder was? Und duschen gehen, oder was? Patrick ist auf dem Weg zum Crewverwaltungsraum. Sonja ist inzwischen zur Hauptbrücke zurückgekehrt. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ein Escapeshuttle? Es ist in der genannten Vizieinigung des Rückzugraben. Wenn es in Arbeitskondition ist, können wir vielleicht einen Weg zurück zum Erde finden. Wir werden jetzt die Basis der Operation verlassen. Das ist alles in der Vorstellung des Energiewollte-Sektors. Ja, Sir. Du bleibst hier. Lass mich herausfinden, die beste Brut aus hier. Eine Eskort-Mission. Das hätte mich ja gefreut, eine Eskort-Mission zu machen mit der guten Sonja. Sichern Sie den Weg zum Energiesektor. Oh, das ist klar. Wo ist denn das Ding? Oh Gott. Moment. 3D-Karten, Alter. Die beste Idee, die Spielentwickler jemals hatten. Also ich gehe dann nach da raus. Was ist das? Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Wo soll ich schon großartig schief gehen? Ähm. Okay, Patrick hat keine Punkte. Tolle Leisten. Alles gut. Mal ganz kurz gucken, ob hier was gespawnt ist. Aber es sieht nicht so aus. Gut. Ja, dann geiler es hier weiter. Aber vielleicht sollte ich trotzdem speichern. Soll ich trotzdem speichern? Ja, ich sollte trotzdem speichern. Klar, auf jeden Fall. Sorry. Sorry. Ja, ja. Bla, bla, bla. Keine Punkte. Schade. Äh, ja. Also, da haben wir jetzt tatsächlich einen Fluchtweg gefunden. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel jetzt noch geht. Ob das jetzt unser finales, unser finaler Auftrag quasi ist. Diese Shuttle zu besteigen. Vorsicht! Ist besser als Nachsicht! Und was ist womit Sonja und Patrick aufhat? Ob die wirklich irgendwie verwandt sind? Also wundern würde mich bei dem Spiel ehrlich gesagt gar nichts mehr. Ich würde nicht mal wundern, wenn auf einmal hier, äh, 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 jetzt fällt mir ihr Name nicht mal ein. Wie heißt sie denn nochmal? Regina, ähm, ähm, wie, da aus so einem Zeitportal da rein fällt und sagt, ah, hallo. Äh, ich muss euch jetzt alle umbringen wegen Zeit-Continuum-Gedöns. Äh, äh, tschüss! Dann würde ich jetzt sagen, ja, ja, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber, for the entertainment, why not? Oh, for the entertainment, why not? Ich habe gestern einen Horrorfilm gesehen, der nennt sich Stille. Ähm, der ist auf Netflix, habe ich den gesehen, und der ist saumäßig bewertet. Hat irgendwie nur zwei von fünf Sternen oder sowas bekommen. Ähm, aber mir gefiel die Prämisse und deswegen habe ich ihn mal reingeschaut. Und ich kann ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, hallo, warum der so abgewascht wurde. Äh, es wirkt zwar wirklich so, als hätten sie viele, wären sie viele Kompromisse eingegangen für halt die Unterhaltung. Aber, ähm, wenn man da mal ein bisschen drüber wegsieht, weil die Prämisse ist einfach cool. Das ist einfach, und das würde nicht, es würde anders einfach nicht funktionieren. Ich habe die ganze Zeit auch da gesessen und habe gedacht, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Aber eben, weil es halt anders nicht funktionieren kann. Ja. Also Stille, kann man sich mal angucken. Hush im Englischen. Also H-U-S-H. Ähm. Die Prämisse selbst möchte ich nicht verraten. Aber, ja. Schaut mal rein, falls ihr die Möglichkeit habt. Gibt's bestimmt auch noch auf anderen Plattformen hier, äh, äh, Amazon Prime, oder was gibt's da noch, Watch Ever, und so. Ich hatte ja schon High-Items gekauft, wieso renne ich denn hier rein? Falscher Knopf, falscher Knopf. Wie bin ich da überhaupt hingekommen? Also zu dem, wie sieht's, ne egal. Ach, wegen For the Entertainment. Gut, mal gucken, ob die Dudes hier rumrennen. Vermutlich ja und sagen, hol mal, hol mal Karen ran. Ich folge es, bald ich alles rausgefunden habe, du kannst gehen. Um den Energiesektor zu erreichen, muss der Formationswechsel im Schachtsektor aktiviert sein. Ich muss ja sagen, grundsätzlich finde ich das eine gute Idee mit diesem Schiff formatieren, dass man dadurch dann andere Wege freischaltet und so. Aber es ist irgendwie seltsam umgesetzt, oder? Das wirkt so ein bisschen wie... Also man hätte noch ein halbes Jahr reinstecken können, so an Nachdenken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt irgendwo... Ich meine, ich soll das Ding jetzt irgendwie... Ich soll ja die Sachen jetzt hier sichern, aber... Oh, bin ich jetzt... Bin ich schon zu weit? Ja, bin ich. Okay. Ich meine, es ist ja auch bezeichnend, dass danach halt kein weiterer Teil kam, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich Dino Crisis 1 und 2 auch nicht so wahnsinnig gut verkauft haben. Und dass dann mit dem dritten Teil, der dann ja auch noch exklusiv für die Xbox nur rauskam, vielleicht auch nicht die Zahlen erreicht wurden, die Capcom sich vorgestellt hatte. Aber jetzt bin ich doch wieder in der Crewverwaltung, das ist doch jetzt... Ach so, okay. Sorry. 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 Das ganze Survivor-Ding würde mich immer noch interessieren. Wie das wohl so ist. Aber nein. Okay. Okay, jetzt bin ich hier... War hier irgendwo eine Tür, die sich nicht öffnen ließ? Die obere Tür. Da kam ich aber auch gar nicht hin. Oder? Das war... Da oben? Da kam ich ja noch gar nicht hin. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich da irgendwann später rankomme. Also gehen wir wieder in meinen Lieblingsraum. Nämlich diesen hier. Oh Gott. Den muss ich jetzt sauber machen. Lock. Der 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 Geräusche. Der 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 Geräusche. Ist das Gewitter? Kann sein. Äh, okay. Also wir müssen höher. Sorry, ich bin grad ein bisschen abgelenkt. Äh... Okay, also jetzt... Ja gut, aber das war doch schon immer hier. Das interessiert mich doch nicht. Wir wollen... Also wir wollen... Hier rein und dann hier höher. Oder was? Da kommen wir auch nicht durch, ne? Nur zu müssen. Oder soll ich jetzt hier nochmal rein? Verschlossen. Hier oben war noch eine Tür. War die... Ne, war die hier oben? Wieso ist das ein Stückchen höher? Ist doch Quatsch. Hier, ne? Da, genau. Diese Tür. Aha! So, die geht jetzt auf? Die geht jetzt auf. Könnte ich da vorher auch schon rein? Ich glaube nicht. Schacht in Raum D. Doch, hier war ich schon mal. In der Runde, wo ich äh... Nicht weiter gemacht habe. Aber da ging hier nichts. Aha! Oh! Hä, wieso fährt das Ding jetzt wieder runter? Na gut, egal. Macht jetzt gar nichts. What? Was ist denn das für ein Aufzug? Scheiße. Was? Was? Ne, 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 ne. Was zum... Okay, da bräuch ich jetzt noch. Äh... Äh... Alter, ich mach hier nur noch Geräusche. Ich rede nicht mehr. Ich mach nur noch... Hä? 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 Was zum... Alter, was zum... Jo! Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Das... Ich brauche kurz ne kleine Pause. Ich bin hier zu abgelenkt. Äh, ich bedanke mich für das Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder... Ne, vergesst es. Äh, bis zu einem Jahr. Macht's gut! Und... Den machen wir noch... Ja, okay. Tschau. Tschau.